Ein Intimfreund sozusagen von unserem Thomas. Ich musste haben ein Zimmer geteilt und jetzt bewohnen wir zwei Welten. Wir sind völlig unterschiedlich. Wir werden einfach, was wir sind. Deine gut erfundenen Geschichten spalten. Das macht doch Deiner auch, die Nährchen deiner linken Oberschnitte. Wir werden schon gerne mit der Nase drauf gestoßen, dass er scheiße, das heißt moralisch ausbaufähig ist. Ja! Halt die Klamentsklampe an jetzt! Halt die Klamentsklampe an, was soll denn da? Was meinst du nur... Humas! Das bist doch nicht du!